Ihr seid auf der Suche nach den besten Küchenutensilien, wisst aber nicht, welche ihr wählen sollt? Dann seid ihr hier richtig, denn in diesem Video stellen wir euch die Top 5 der besten Küchenutensilien vor, die im Jahr 2024 auf dem Markt zu finden sind. Ich werde euch also die am besten bewerteten Modelle vorstellen. Egal ob ihr ein günstiges, professionelles oder sehr hochwertiges Gerät sucht, ich verspreche euch, hier werdet ihr fündig. Wir beginnen mit einer Fritteuse, genauer gesagt mit der von Kusori. Mit über 61.500 Bewertungen auf Amazon hat sie eine sehr gute Bewertung von 4,6 von 5 Punkten. Sie ist sehr beliebt, weil sie mit einer mobilen App verbunden ist. So können Sie sie von überall aus steuern, den Fortschritt Ihrer Mahlzeiten planen, anpassen und überwachen. So kann man beispielsweise die Kochzeit bis zu 4 Stunden im Voraus planen. Die App bietet außerdem Zugriff auf über 100 vorprogrammierte Rezepte, aber auch die Möglichkeit, Ihre eigenen Rezepte hinzuzufügen. Ideal, um ohne Kopfzerbrechen zu kochen, Spaß zu haben und sich gesund zu ernähren. Denn das ist ihr größter Vorteil. Sie frittiert auf gesunde Weise ohne Öl. Ausgestattet mit einem sehr schönen LED-Display stehen 11 vorprogrammierte Einstellungen zur Verfügung. Sie ist auch sehr beliebt für ihr Design, das sowohl modern als auch elegant ist. Bemerkenswert ist auch, dass sie über einen großen Galraum von 6 Litern und einen 5,5 Liter großen Korb verfügt, sodass sie ideal für jeder Mann ist, sogar für große Familien. Um die Sicherheit zu gewährleisten, verfügt sie über antihaftbeschichtete Griffe und einen Entriegelungsknopf für den Korb, die das Risiko von Verbrennungen und unbeabsichtigten Herausnehmen verhindern. Sie hat außerdem einen Überhitzungsschutz und eine automatische Abschaltung für eine sichere Nutzung. Mit seinen fast 2400 Bewertungen auf Amazon hat er eine hervorragende Bewertung von 4,6 Punkten. Seine Maße, Länge, Tiefe und Höhe betragen jeweils 36, 22,5 und 36,5 Zentimeter. Er ist sehr vielseitig und eignet sich perfekt zum Rühren, Purieren und Hacken. Mit seinem einfachen, aber modernen Design kann seine Schüssel bis zu 4,3 Liter fassen. Der Mixer hat eine zweijährige Garantie. Mit seinem neigbaren Kopf ist er einfach zu bedienen und zu reinigen. Außerdem ist er aus hochwertigen Materialien gefertigt, sodass er lange halten wird. Er hat außerdem eine große Auswahl an optionalem Zubehör, mit dem er zu einem echten Küchenhelfer werden kann. So wird die Zubereitung von Mahlzeiten einfacher und macht sogar Spaß. Und jetzt kommen wir zum Bosch Multitalent 3. Dieser stammt von der Marke Bosch und ist wegen seiner Vielseitigkeit sehr beliebt. Sie ist sowohl kompakt als auch leistungsstark und ein echter Trumpf, der euch einen Teil eurer Arbeit abnimmt, wenn ihr in der Küche steht. Aber auch alle deine Zubereitungen und Rezepte, selbst die anspruchsvollsten, gelingen euch. Ausgestattet mit über 20 Funktionen kann er zum Beispiel schlagen, rühren, verquirlen oder auch mixen. Mit einer 2,3 Liter großen Schüssel ist er sogar für große Familien geeignet. Er ist leicht zu bedienen und zu reinigen, sodass ihr Zeit spart und euch auf eure Arbeit konzentrieren könnt. Mit fast 2000 Bewertungen hat er eine gute Bewertung von 4,3 Punkten. Hier ist der Molinex Kokeo, ein intelligenter Multikocher, der euer Leben verändern wird. Er wird natürlich von Molinex angeboten und hat auf Amazon eine hervorragende Bewertung von 4,7 Punkten bei über 3500 Bewertungen. Mit über 180 vorprogrammierten Rezepten ist er mit einer mobilen App verbunden, mit der ihr eure eigenen Rezepte erstellen und sogar veröffentlichen könnt bzw. Zugang zu über 2500 anderen Rezepten habt. Außerdem hat er vier interaktive Menüs und sechs Kochmodi. So ist es möglich unter Druck zu kochen, zu dämpfen oder auch zu schmoren. Er hat eine zweijährige Garantie. Eine Startzeitverzögerung von bis zu 15 Stunden ist unabhängig und spülmaschinenfest. So, wir schließen diese Top-Liste mit dem Philips Series 5000 Blender von Philips ab. Er ist ideal für Smoothie-Fans und hat den Vorteil, dass er einen geringen Energieverbrauch hat und gleichzeitig sehr leistungsstark ist. Er verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen und garantiert mit seinen rutschfesten Streifen die Sicherheit. Und mit einer Schüssel, die einen Talbiter fasst, ist er auch für Familien geeignet. So, ho, das war's für heute. Ihr wisst jetzt alles über die fünf besten Küchenutensilien aus dem Jahr 2024. Die Links findet ihr in der Beschreibung in der Reihenfolge ihres Erscheinens. Vergesst nicht auf den kleinen Daumen nach oben zu klicken und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal für eine neue Top 5. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.